Aber ich muss ja das Spiel nochmal neu starten, weil mein Mikrofon nicht als Standard gesetzt war, haha. Jetzt nochmal, zack, Kali einladen. Geht ja wohl nicht, wenn da Augenschließen ist. Kann mit Y keine Augen schließen, mit Z kann ich Augen schließen. Dann hast du auf Englisch gestellt, deine Tastatur. Oha, nein, eigentlich nicht. Hallo, kannst du mich hören? Ja. Echt? Also in-game auch? Ja, aber mach mal bitte push the talk rein. Was? In-game? Ja. Also ich würde mich dann jetzt im Discord sogar muten eigentlich. Ach so. Warte mal, ich teste das mal. So, ich habe mich jetzt im Discord gemutet. Ohne Momento oder mache ich das auch? Ja, ich habe mir das mal auf eine Tasse gelegt gestern. War ganz praktisch bei Man of my Dan, Leute. Okay, hörst du mich? Ja, ah cool. Das ist nice. Cool. Jetzt gucke ich mal noch, ob man eventuell den Sound vom Voice... Ne, kann man nicht lauter machen, schade. Kann ich überhaupt mit dem Ding schießen? Ich habe hier so eine Armbrust in der Hand. Ja, ich habe... Ich gucke mal, hier kannst du deine Waffe wechseln. Verbände... Einen Kracher? Wahrscheinlich, um Leute abzulenken. Guck mal. Alter, eine Armbrust. Ja, deswegen. Ich hätte die Armbrust genommen. Breifhagen. Aber ich weiß nicht, ob ich Muni habe dafür, oder findet man dann Muni? Weiß es nicht. Also hier oben hängt ja Muni, ne? Ja, aber das kann ich nicht nehmen. Ich habe eine Armbrust. Ich habe eine Armbrust. Was? Ne, komm. Ich glaube, ich nehme den Greifhagen. Da kommen wahrscheinlich... Schaumgranate. Ja! Was weiß denn ich? Ach hier, die Karte Mission. Ah! Du hast keine Fähigkeiten angelegt. Rufe das Fertigkeitenmenü auf. Habe ich gerade gesagt. Hast du fertig... Hier. Nein, habe ich nicht. Das wollte ich mir alles durchlesen. Ich weiß nicht, wann du das alles gemacht hast. So. Schwache Fähigkeiten, starke Fähigkeiten. Ja, schwache Fähigkeiten, würde ich mal sagen. Ist schon ein bisschen wie Dead by Daylight, ne? Alles klar, Chasen. So, ähm... Sera hört man doppelt. Da kannst... Ach so stimmt, ich muss ihn ja... Hä? Aber er hat sich doch in... Warum hört man ihn doppelt? Er hat sich doch im Discord gemütet. Hast du... Ja, wahrscheinlich hat sie beide Streams. Oder hat es beide Streams an. Wie immer. Der typische Klassiker. So. Bei einem Stream... Danke für den Support, aber bei einem Stream bitte muten. So, warte mal. Jetzt können wir hier Punkte vergeben. Du kannst ohne Bewegungseinschränkungen sprinten. Wenn du jemanden auf den Schultern trägst. Das klingt gut. 10% der maximale Ausdauer. Du beginnst die Mission mit einem Verband. Du beginnst die Mission mit einem Energieriegel. Du beginnst die Mission mit einem Dietrich. Ich habe gar keine Ahnung. Manchmal findest du einen zweiten Gegenstand, wenn du einen Gegenstand aus der Vorratsruhe holst. Ach du Scheiße. 10% mehr maximale Ausdauer. Keine Slots verfügbar. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Ich habe... Ja, das ist kein Baumhaus. Wir sind in so einem Zugwaggon. Hä? Aber ich verstehe es nicht. Ich... Was verstehst du nicht? Sarah ist bei mir gemüt. Och Mensch, jetzt muss ich das als Test hier anmachen. Sag mal was, Sarah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, verbessertes Ergreifen bla 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 und Hosenfurtz, was weiß ich. Ich höre nicht doppelt. Kann sein, dass es hier nicht so schön klingt wie im Discord, ja. Warte mal, ich gucke auch mal bei dir. Kali's Gaming World. So, komm. Da höre ich jetzt auch mal rein. Ist natürlich ein bisschen schwierig. So, komm. Da höre ich jetzt auch mal rein. Ist natürlich ein bisschen schwierig. Also, mich hört man nicht doppelt. So, halten zum Kaufen. Ja, komm. Ich mach jetzt Bodenringen. Zu Bodenringen. So, hab ich jetzt ausgerüstet. Was anderes kann ich hier eh nicht machen. Ich hab zwar... Ja, gut. So, na dann. Missionsgebiet betreten. Achso, wir haben am Anfang bloß eine Mission. Östliche... Hö... Was? Hoatli. Hörtli. Am östlichen Ende von Redder Gress. Maleristisches Viertel liegt Hoatleys Sprung. Ach komm, Missionenladen. Oha. Ich bin bereit. Komm schon, bevor ich meine Nerven verletze. Stimmt, wir sind in so einem Zug, Alter. Ich renne weg. Tschüss. Nützlicher Tipp Nummer 146. Jede deiner Sünden, die von einem Gegner aufgezeichnet wird. Bildschirm schwarz. Unsere Mission. Erste Nacht. Einbruch untersuchen. Okay, wir müssen Einbruch untersuchen. Serra Bambino mit Carly's Gaming World. Let's go. Alter, du klingst gerade, als wärst du in einer Höhle. Ja, du auch. Du auch. Oha. Das ist ja geil. Wir sind tatsächlich sogar in einer Höhle. Schaumgranate und Energieriegel. Beides meine. Tschüss. Hey, jeder kriegt das. Achso, krass. Haben wir eine Taschenlampe? Äh, für? Hier ist ein Tag. Oha, wo ist es? Ach du Scheiße. Guck mal. Oha. Ich bin weg. Tschüss. Oh, das geht ja wirklich. Oh no. Die Geschichte hatte ich erwischt. Äh, die Gestalt hatte ich erwischt. Hä? Ja, da ist Carly alleine. Du bist da hinten. Hä, Lul? Ich dachte, da ist eine unsichtbare Wand, dass man da nicht... Ich hab meinen einzigen Fall gerade. Du bist da hinten. Was ist dein Ernst jetzt? Wollen wir die Mission nochmal neu starten? Ja. Hey, man kann sogar aufzeichnen, ne? Okay. Sehr cool. Ich glaub, ich guck dir nur noch so zu. Du heilst jetzt voll bei mir. Ja, du auch. Ey, bin ich das hier so weird rumläuft? Ach, lol. Du kannst mich glaub ich finden. Und wiederholen. Weiß ich nicht. Nicht so weit. Ich trau mich nicht. Komm, mach mal. Ich guck dir zu. Geh da mal durch die Tür durch. Genau. Oh. Ich glaub ich komm da nicht durch. Ja komm, wir machen nochmal neu. Kannst du irgendwie hier aktuelle Sitzung beenden? Ja, zack. Bist du auch wieder draußen? Bist du auch wieder draußen? Bist du auch wieder draußen? Jaaaa. Jaaaa. Aber ich habe Angst. Ich habe Angst. Deswegen bist du nicht durch die Tür gekommen, ja? Ne, ich hätte da weitergekommen. Hehehehe. So. You guys need me? Hä, ich, also. Was, das funktioniert du? Da war ich aber jetzt sehr geschockt. Ich habe den letzten Pfeil. Ich habe den letzten Pfeil vorhin verschockt. Ja toll. Tipp Nummer 922. Standardgemäß. Ja. Was sind das denn für Tipps, die halt sofort verschwinden, Alter? So, na dann. Okay. Okay. Ich habe ein... Einbruch aus eines Mitglieds zeichne Beweise für die Zentrale auf. Alter. Einbruch untersuchen. Wie krasser Aide. Wir müssen auf jeden Fall zur Adresse 919 Huardli Ave. Alter, wie das klingt, ist das cool. Jaaaa. Oh. Bin ich so gut im Klettern. Achso, ich glaube, wir dürfen uns aber nicht so viel unterhalten, wenn die Viecher kommen, ne? Bist du hier hochgekommen? Dagegen gelaufen. War gar nicht so schwer. Ich glaube, wenn die Viecher da kommen, müssen wir ruhig sein, ne? Würde ich jetzt mal tippen. Oh. Du weißt aber schon, dass ich sehr viel schreie. So, wir müssen jetzt die Huardli Ave finden. 919 Huardli Ave. Da, wo die Lupe ist wahrscheinlich. Achta. Das ist eine Drohne. Ich glaube, die darf uns nicht sehen. Kann es sein? Keine Ahnung. Das hier lang. In den Garten. Alles klar. Hallo? Ich spiele das Spiel gerade zum ersten Mal. Ich habe es mal vor ein paar Jahren gespielt. War echt lustig. Ja, wir spielen es gerade zum ersten Mal. Das ist vor ein paar Jahren? Ich dachte, das ist jetzt neu oder so. Voll der geile Trend. Nee, das ist nicht neu. Na toll. Was ist das hier drüber? Wie ist denn das, Lenny? Muss man jetzt Taschenlampen suchen und so was? Und sein Equipment? Warum willst du eine Taschenlampe? Hier ist überall Tag hell. Stehe ich nicht. Oder eine Bauhaus-Terrasse. Oh mein Gott. Das war aber nicht gerade da. Ich glaube, wir wurden gehört. Ich gehe mal hier über den Zaun. Tschüss. Bis sich alles beruhigt. Okay. Du weißt ja, wie man Tür öffnet, oder? Da stand er zum Eintreten. Ja. Da ist wirklich was. Es kommt her. Es kommt her. Es kommt her. Achso, stimmt. Ich gehe mal weiter. Ich gehe mal weiter. Lass das Zelt hier an. Also Lenny sagt, wir müssen ganz ruhig sein. Und irgendwann. Und wir müssen uns beeilen. Weil irgendwann kommt der Shape und jagt uns. Ah, okay. Kommst du? Achso, da. Ja. Ihr könnt auch durch Lücken in den Untergrund. Ach, Luken in den Untergrund. Hier ist irgendwas. Wie hafst du dich hin? Ich habe meine Armbrust weggeworfen. Wie hafst du dich hin? Ich kann nur so langsam laufen. Mit C. Guck mal hier, die Lampen. Kennst du die? Ja. So ein Horrorspiel. Ja, ja. Äh, Lenny, hören die das, wenn wir jetzt miteinander reden? Ja. Na klar hören die das. Das ist Sinn und Zweck. Das haben wir doch akzeptiert, dass das so ist. Oh mein Gott, warum haben wir keine Taschenlampe? Ja. Hey, hier ist es überall Tag. Hey. Was willst du einfach mit einer Taschenlampe? Hier gab es noch nicht eine dunkle Stelle. Doch hier. 4 Steps. Mach mal meine Taschenlampe an. Wie denn? Na mit Tee. Hahahaha. So. Du tappst mich weg! So. Ich glaube hier ist keiner. Garly. Ich bin mir aber nicht so sicher. Oh mein Gott, hier wurde irgendein Schauspieler. Warte, mir fällt gerade der Name nicht ein. Wer ist das? Was? Wo bist du? Ja, das ist irgendein Mann, den kein Mensch kennt. Hä, ist das nicht ein Schauspieler? Sieht ein bisschen aus wie Jason Statham, ist es aber nicht. Das ist irgendein Mann, den keiner kennt. Okay, am Klammeri. Viel Spaß am Dirk. Niemand benutzt mein Command. Oh, eine Gitarre. Ich nehme gerade Beweise auf. Ach so. Wie ging das nochmal? Mit der Taschenlampe. Oh, ja so nicht. Oh, hier, ich habe eins. Kann es sein, dass sie unser Spiel ein bisschen okkupiert haben? Oh. Okay, tschüss. Ich lasse dich alleine. Oh, ich habe einen Schokoriegel gefunden. Ich habe noch einen Beweis. Ich mache mal das Wasser an. Das ist der ultimative Beweis. Wenn es dreckig wird, müssen wir es fotografieren. Ich glaube, der Klempner war da. Es war schon dreckig, deswegen habe ich ein Foto gemacht und da steht das Beweis aufgezeichnet. Was beweisen wir eigentlich hier? Dass der Klempner da war und alles funktioniert. Wir gehören eigentlich zu einer Organisation, die immer untersucht, dass andere Leute ihre Arbeit vollrichten, weißt du? Oh, die Drohne guckt hier sogar rein. Das ist ja wild. Ach, mach es auf. Echt mal. Mach das Licht gar nicht an. Mach das Licht aus. Hauptsache, du machst immer das Licht an, mein Charakter schreit rum, dass du es ausmachen sollst. Du so, hat das Licht gar nicht an? Ich höre gar nicht, dass dein Charakter das sagt. Der flüstert immer. Ne, das höre ich gar nicht. Hallo? Oh mein Gott. Madame, da unten. Wir brauchen Hilfe. Haben Sie die Nachbarn gesehen? Unsere Mutter. Ich kann das Fenster gar nicht wieder schließen. Ist ja blöd. Ja, so wie du deine Türen eintrittst. Ne, wir brauchen noch einen Beweis hier in dem Haus. Die ist hier vor der Tür. Versteck dich, versteck dich, versteck dich, versteck dich. Wo war der Schrank? Wo war der Schrank? Danke. Mach zu. Ich mach Licht an. Wer ist denn Sana? Oh. Was? Hi, wer ist denn Sana? Da unten ist Sana. Äh, Lul? Entscheintlich ist hier jemand. Lol, Sana schreibt hello. Ich dachte, ich muss Leute einladen, die Gruppe. Kann das sein, dass hier andere Menschen reinkommen? Kannst du das nicht machen? Sana, rauswerfen. Ja. Friends only. So, tschüss Sana. Schön, dass du da warst. Tschüss. Hat Spaß gemacht. War kurz, aber naja. Was hat uns denn jetzt gesehen? Äh, wahrscheinlich die alte. Wir standen vor der Tür und haben miteinander gequatscht. Als ob es hier keine Beweise in dem Zimmer gibt. Weißt du, ehrlich gesagt kann ich... Was hab ich jetzt gehört? Sana ist immer noch da. Ne, bei mir ist sie weg. Ich hab sie rausgekickt. Okay, dann sehe ich bloß noch den Namen von dir. Da ist doch, glaub ich, ein Beweis. Ah, okay. Da hinten müssen wir hin. Okay. Aber die ist doch hier. Na komm. Na komm. Ich bin wieder oben. Oh Gott. Oh Gott. Das funktioniert nicht mit leise sein. Hey. Ich bin einfach drin. Wo bist du? Warte. Psch. Kann ich eigentlich meine Ult anwenden? Kommt eh nicht. Was bringt das denn mit diesen Augen schließen? Das hier rausgehen. Ja, das ist ja voll ekelhaft, die Augen zu schließen. Geh das Licht auf mich. Da, wir kommen hier nie wieder raus, ne? Was durchs Fenster gehen? Warte, ich hab ne Idee. Komm mal mit. Moment. Hätte ich jetzt einen Pfeil, hätte ich die wahrscheinlich nicht schießen können. Wie funktioniert dieser Haken? Oh. Wow. Wie kann ich den denn? Was bringt mir ein Haken? Ich kann bloß den Haken an sich werfen. Wie kann ich den denn schießen? Das macht gar keinen Sinn. Weiß jemanden, wie ich den Haken schießen kann? Ich kann den bloß wegwerfen. Das ist doch nicht Sinnzweck von den Haken. Warte mal. Warum klingt das so, als wäre es in der Höhle? Wir sind gerade draußen auf der Straße, wo nichts los ist. Keine Ahnung. Wir müssen da drüben hin. Wo sind die Alte jetzt hin? Steuerung aufrufen. Warte mal hier. Gegenstand. Suchgegenstand verwenden. Textchat. Sprinten. Ich verstehe es nicht, wie ich meinen Haken benutzen kann. Kann ihn halt nur werfen, ne? Ist ja auch ein Wurfhaken. Ja, aber das... Ich... Hä? Soll ich das probieren? Ja, man wirft ja den Haken weg. Verstehst du mein Problem? Nicht genügend Platz für ein Seil. Es liegt ja ein Haken da hinten. Es tut mir leid. Oh mein Gott, hier. Oh mein Gott, bei dir. Oh Gott. Ich bin tot. Ich seh noch nicht, wo ich hinrenne. Ich renne hier im Kreis. Ich esse mal einen Riegel. Komm her. Der steht vor meiner Tür. Er kommt zu dir. Oh mein Gott, er kam einfach rein. Oh mein Gott, er kam einfach rein. Lauf weg, komm. Komm, wir laufen weg. Komm. Komm, wir laufen nach rüber. Komm, wir laufen nach rüber. Wo läufst du hin? Oh mein Gott. Ich kann meinen Haken wieder. Hier ist ein... Hier ist ein Beweis. Bonusbeweis entdeckt. Der Grill. Er wurde gekauft, noch nie benutzt. Leute. Oh mein Gott. Was ist denn? Ich bin ein Junge. Oh, er ist da. Bist du bei mir? Ja, so in der Art. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier. Zu mir. Du musst doch dein Icon haben, oder nicht? Hallo, Carly. Hallo. Was jetzt? Das war die erste Mission. Das war die erste Missi? Bonusbeweise. Eins von zehn. 41 Prozent erreicht. Geil. Zum Versteck zurückkehren. Ja, das war doch erfolgreich. Du hast geträumt. Du möchtest dich daran erinnern. Ja. Ja. Superhero-Nudes? Warte, das wird es noch für dich? Oh, genau. Die Reddachro-Kinder haben nicht das Internet. Ich glaube, ich bin ein Junge im Mädchenkörper. Bonusfähigkeit verdient. Neue Missionen verfügbar. Geil. Dann gucken wir doch mal nach. Was kann man eigentlich hier alles so machen? Ah, hier ist der Spiegel. Dein Körper Opfer. Lass zu, dass eine der Stimmen komplett Besitz von dir ergreift. Was? Klammer Neustart. Stehe ich nicht. So. Sonst kann man hier nichts machen, ne? Hier kann ich meinen Buddy opfern. Was kann ich denn hier noch so machen? No signal. Ja, der Hagen, der war schon ganz geil, gebe ich zu. Aber, äh, du, ne. Ich glaube, ich nehme die Kracher mit. Ich bin aber eindeutig ein Mädchen. Warum habe ich eine Männer... Ah, ich habe eine Männerstimme ausgewählt anscheinend. Hilf einen kleinen Kracher, um Gegner abzulenken. Ja, klar würde ich gerne, aber... Für Display only. Because they are broken, okay? Äh. 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 Ich bin verwirrt. Warum kann ich die Kracher nicht nehmen? Ich bin verwirrt. Für Display only. Keep an A. Out for these. Ja, ich glaube, der Hagen, der ist schon ganz geil, aber irgendwie verstehe ich den noch nicht so. Ah, hier ein Belohnungsbehälter. Uh. Oh. Was haben wir hier? Ich glaube, ich nehme so ein... Ach, das kann man auch bloß einmal machen. Clubhandbuch. Voraussetzung. Einführung, Mehrspiele-Modus. Ist nicht verfügbar. Äh. Falls sich ein Gegner ergreift, behalte die Ruhe. Er wird einen Moment brauchen, um dich zu Boden zu ringen. Falls du einen Fluchgegenstand, Blendengranate, Betäubungsfeil, Elektroschocker bei dir hast, drücke linke Maustaste und er wird automatisch verwendet. Falls nicht, wird der Gegner weggeschubst. Jedoch wirst du dabei verletzt. Wow. So mysteriös einfach. Wow. Tempo fallen. Du hast immer noch den Wurfwacken, ne? Ja, ich habe ihn wieder genommen. So, warte mal. Jetzt hier. Kann ich jetzt... Oh, jetzt kann ich mir hier eine Fähigkeit aussuchen. Ich mache jetzt 10% mehr Ausdauer. Ich weiß nicht, was das bringt, aber... Was? Du beginnst die Mission mit einem Dietrich. Ah, oder mit dem Dietrich. Ist eigentlich auch geil. Kommen wir in das erste Haus immer mit? Ja, komm. Ich nehme den Dietrich. So. Starke Fähigkeiten. Null Punkte. Schade. Ist das hier ein Notizbuch überprüfen? Über meine Blackouts. Mein erster Blackout. Ich weiß nur noch, dass ich mich an nichts erinnern kann. Mein Blick war auf den Boden gerichtet. Meine Hände waren mit Schlamm bedeckt. Meine Kleidung war auch nass und schlammig. Ich war in einem dunklen Ort. Die Luft fühlte sich schwer an. War ich allein? Es fühlt sich so an. Als seien noch mehr Leute dort. Anonymes Tagebuch. Boah. Leute. Das klingt sehr anonym. Wer ist denn das hier eigentlich? Habt ihr auch Bock? Oder steht einfach nur so dumm rum? Ranglist aufrufen. Ach du Scheiße. Cheater am Werk. Ja dann. Nächste Missy. Ah lol. Wir müssen die nochmal machen. Ja wir müssen erst Level 4 werden, damit wir die nächste Missy machen können. Let's go. Je nach draußen. Mal gucken, ob wir jetzt dieselben Missys haben. Wahrscheinlich ja, nur in anderen Häusern. Moins in Angie. Boss 3 hat den Geist aufgegeben. Geil. Extra ein Portal an die Krypta gestellt. Kannst leer machen. Ja welche Krypta? War dir jetzt auf der anderen? Oh. Hä? Ich bin doch schon sowieso da drüben an der Krypta. Ich hab mich an der Krypta ausgeloggt. Aber danke. Und aus dem Portal bringt einem nichts an der Krypta, ne? Du kannst das nicht durchs Portal mitnehmen Angie. Oh mein Gott. Du musst mit dem Boot reisen. So, bei dem Boss 3. Oh mein Gott. Ach so, das meinst du. Danke. Das ist cool. Wir müssen jetzt zu einem Erwachsenen gehen und den Niederschnurz. Was? Und die Beweise nehmen. Zum Glück habe ich einen Wurfhagen dabei. Pass auf, ne Drohne. Mir doch egal. Hm. Kann ich die kapo? Zera. Was denn? Schmali. Jetzt komm schnell, komm schnell, komm schnell. Nicht da lang. Die dreht sich doch in die Richtung. Oh, toll. Du bist ja clever. Gehst natürlich da rüber, wo der Dude ist. Ah, hey, ich bin doch zurückgegangen. Ja, ohne mir was zu sagen. Danke. Oh Mann. Teile ich den nicht erschießen? Ja, toll. Oh, da ist noch einer. Was ist der? Oh, er klettert auch über die Wand. Das ist ja lustig. Ich habe ihn zu Boden geworfen und dem was abgenommen. So, warte mal, muss ich den noch fotografieren? Die Wandler-Technik, der. Was machst du denn mit dem? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe Geschlechtsverkehr mit dem. Mach ein Bild von. Mach ein Bild von dem. Mit dem Handy. Mach ein Bild von dem. Ja, ich nehme ihn auf. Okay, gut, dann lasse ich ihn los. Tschüss. Hat der da noch was? Wo müssen wir denn hin? In das Haus, kann das sein? Down, down. Können wir in das Haus fahren? In das Nachbarhaus. Ich bin gleich tot wegen dir hier. Noch einmal und ich bin ganz tot. Ja, aber doch nicht da. Wie kann man denn so tollpatschig sein? Ich ralle es nicht. Oh, warte, ich konnte Takedown. Nein. Weil du bist tot. Ich wurde schon dreimal angegriffen. Hilfst du mir nicht. Weil ich vor drei Dingern wegrenne. Sorry. Du trittst eine Tür ein und alle kommen und fragst, warum ich dir nicht helfe. Und flüchtest dahin, wo die Drohne ist. Oh nein, hilf mir. Hilf mir. Ich bin nur ganz woanders. Hilf mir doch. Ach ja, dann komme ich zu dir gerannt und bringe 20 Leute mit. Ich bin tot. Das macht keinen Sinn. Ich kann doch nicht zu... War schwierig. Ich bin entkommen. Ja, ich bin um dir zu helfen gestorben. Mach mich wach. Warte. Ja, klar. Ich... Klar. Kannst du selber laufen? Nein. Was? Was ist das? Oh mein Gott! Ich glaube, das ist das, was uns irgendwann jagt. So, können wir das jetzt machen ohne... Eine Tür ein... Ich nehme extra einen Dietrich mit. Die Latze erste Tür ein, die sie trifft. Aber wir mussten da rein. Nein, wir mussten ins Nachbarhaus rein. Was ich dir mehrmals probiert habe zu sagen. Und du Latzt die Tür ein. Ich glaube, wir müssen hier rein. Nein, ins Nachbarhaus. Entschuldigung. Ach, gar kein Problem. So, ich habe übrigens zwei Verbände. So. Das war lustig. Nein. Ich hatte gar keinen Spaß. Ich denke, meine Leuchtung hierher. Ja, ja. Ja. Okay. Was denn? Was ist los, Schnucki? Schöner Arsch. Danke. Die Tasche rennt weg. Du... Voll Profis haben wir. Die Tasche ist 16 Meter vor uns. Ich bin eine Frau mit einer Mädchen-Stimme. Nee, warte. Ich bin eine Frau mit einer Männer-Stimme. Oh Gott, ich will ihn steppen. Ich könnte ihn erschießen. Psst. Okay. Ja, der rennt bei der Drohne lang. Das ist kacke. Der geht hier immer im Kreis. Puh, ich glaube, hier ist erstmal nix. Der rennt hier, glaube ich, immer im Kreis. Wir müssen den gleich hier abpassen, wenn der wieder hier ist. Ich kann ihn erschießen. Mach doch. Hä? Was machst du mit dem? Wisch nicht. Ich hab den. Hast du seine Sachen genommen? Das kann ein Erwachsener eigentlich erschossen? Ja, ne? Der ist nur betäubt, ne? Ach so. Jetzt? Wohin? Die erste Fackel finden. Die erste Fackel finden. Befindet sich auf einem Schrein im Labyrinth. Ja, wir müssen zum Labyrinth. Wo ist das Labyrinth? Ja. So groß ist die Map nicht. Tschüss. Ah lol. Hä? Hier haben wir vor uns angefangen. Wie? Tja. Wer auch? Unter der Bank. Ich renne jetzt hier lang. Düh. Moinsinn. Die Mitternachtssprinter sind da. So. Hier ist nichts. Ja, guck mal. Das war das Haus, wo wir vor uns gestattet sind. Und keine Beweise. Hier ist was. Was ist das? Hä? Ein Fall mit nach unten. Ah, ist das dieser Underground? Oder was? Aber da kommen wir noch nicht rein. Ist das dieser Underground? Ja. Ja, lass mal hier ins Haus gehen. Aber leise. Ja, warte mal. Ich hab glaube ich einen Dietrich. Film dich dabei. Oh, das ging schnell. Bist du Profi? Ja, klar. Ich hab den gerade bekommen und muss sofort wieder funktionieren. Was ist los? Get that light on me. Ich glaube hier oben ist was, oder? Was? Ich glaube hier oben ist jemand. Hä? Aber wo soll das Labyrinth sein? Ach, da ist doch die Fackel. Wird uns doch auch alles angezeigt. Sind wir eigentlich bescheuert, oder was? Ja, war unten irgendwo. Gibt's da noch einen Bonusbeweis irgendwo? Oh, hier. Eine Kiste. Oha, mit doppeltem Boden. Ah, der Wecker. Es ist 12.05 Uhr. Ich hab's gewusst. Da schleichen sich alle Familien immer in den Club der Besoffenen rein. Der Club der Besoffenen. Da sind sie sich alle gleich. Saufen den Wodka. Bis hinein ins Fleisch. Was? Tschüss, Schnuggi. Warte auf mich. Hä? Nee, warte mal. Die Fackel ist sonderörtig. Hä? Oh nein, ich hab's gewusst. Hier ist ein Müllsack. Oh. Ach, das sind meine Schritte. Nee, hä? Komm mal mit. Ich hab da so ne Theorie. Hä? Oh. Was ist das denn? Oha! Ich hab's gefunden. Was? Slash, leg down. Ich mach das Ding weg. Ja, wenn du die Augen zumachst, siehst du Schritte. Die zeigen dir den Weg. Oh. Ach so. Die haben mich hier reingeführt und... Ich komm da nicht runter. Geht das? Das ist ja dumm. Okay, wir sind im Underground. An, an, Underground. An, an, Underground. Hallo? Ist hier unten jemand? Mama? Papa? Das sieht so nett aus. Hier. Hier. Das ist dann wieder ne Drohne. Da unten ist auf jeden Fall die Fackel. Geh einfach runter. Oh, da... Warum ist es weh? Ist hier jemand? Au. Ich bin hier unten. Ja. Ja, da stand Takedown und dann ist es verschwunden. Voll dumm. Das wollte ich zuerst machen, aber habe linke Maustasse gedrückt. Okay. Oh Mann, macht sie wieder auf. Ja, sie fühlt sich schüttend. Ach. Sie wird es finden. Sie wird es vergeben. Nein. Hier ist ja gar nichts. Was ist das? Oh. Oh. So is mercy. There are worse things in the dark. Why hide from the love of a god? These wayward children, are they even real? Was? Was? Was meinst du Angie? Was meinst du mit, wenn ich online bin, kann der Stream mich dann trotzdem sehen? Wir können hier nicht so reden, weil die Viecher reagieren auf unsere Stimmen. Deswegen müssen wir immer mal so ein bisschen leise sein. Steh wieder auf. Da hinten ist die Fackel. Aber wie geht es da hin? Ich verstehe es nicht. Such einen Weg, ich halte ihn fest solange. Such einen Weg. Kann ich auch ein bisschen reden in der Zeit. Hier. Cool. Hast du einen Weg gefunden, ja? Pass noch einen, pass noch einen, ja. Okay, dann komme ich zu dir. So. Wenn ich nicht schreibe. Du kannst sehen, ob ich zugucke. Ja. Ja. Ich könnte sehen, ob du zuguckst. Ja. Du musst auch nicht dafür schreiben. Moin, Lukas. Schön, dass du da bist. So, ich komme jetzt rüber. Oh. 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 Der ist glöber. Aber sie soll nicht sein. Oh. 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 Ich habe auch eine Kiste. Komm her. Ich muss mal hier hochgehen. Ich habe dich mal geheilt. Hä? Ich war fast voll. Ich habe dich das Ding geheilt. Was müssen wir machen? Da hinten ist es immer noch. Hä? Ja, warte. Du gehst sie holen. Komm. Nein, ich trau mich nicht. Ich lenke sie ab. Oh scheiße. Ich lenke sie ab. Oder ich mache. Wir müssen Z drücken, ne? Augen zu machen. Was ist das? Pssst. 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 Ja, du musst Z drücken, damit du den sehen kannst, wo der ist. Der ist unsichtbar. Der ist aber, glaube ich, wieder weggelaufen. Bei mir sind es Fußabdrücke. Ja, ich habe ihn gesehen. Der lief hier unten lang. Ich probiere da jetzt hinzukommen, übrigens. Och Mann, das fuckt so ab! Och, die Leiter ist kacke. Warum sind wir eigentlich hier hochgegangen? Wo ist das jemand? Wer kommt her? Ich glaube, er kommt zu mir. Er ist bald hier. Er ist da oben. Er ist weg. Ich komme hier halt nicht runter wegen der Drohne. Die Leiter ist kacke. Du kannst runterrutschen. Mit Shift. Ich finde keine gute Hilfe, zu verleihen. Ja, vor allem ist das scheiße, dass wir hier sind. Was ist der? Weg! Weg! Er kommt wieder. Das sind mehrere, ne? Was ist das? Wir haben doch gesehen. Das ist der Ablageverhälter. Kann das sein, dass es immer eine andere Taste ist mit dem Takedown? Er hat mich. Oh, das mit dem Takedown kotzt mich an, echt. Das ist irgendwie immer eine andere Taste. Ja, komm, mach mich wach, mach mich wach. Ich schlafe. Da bin ich wieder. Ich habe die Tasche verloren. Hier, hier liegt alles. Okay. Das, ich verstehe es nicht. Da steht Takedown, da geht nichts. Das ist ein Scheißspiel. Nee, ich habe hier alles fallen gelassen. Ich habe leider es die Fackel fallen lassen. Ich habe die geworfen anstatt Takedown. Ja, das ist ein Scheiß. Das ist ein Scheißspiel. Das ist ein Scheißspiel. Das ist ein Scheißspiel. Ich habe das Gefühl, du machst hier alles. Geh hoch. Er kommt. Ja, hier ging es hoch. Wer kommt hinter dir? Warte, warte, warte. Wer geht weg? Wer kommt? Ich renne einfach raus, Alter. Tschüss. Na hoch. Oh nein, warte. Schaffst du das? Ich nein. Echt jetzt? Ja. Aber warte, ich kann flüchten. Sicher? Sieht nicht so aus. Nein, kletter doch hoch! Oh mein Gott. Die Gewalt will mich. Oh mein Gott, ich esse einen Schokoriegel. Ich esse einen Schokoriegel auf das Ding. Oh, Entschuldigung. Alter, was ist das? Scheiße zu. Hä? Moment mal. Das ist aber, hä? Wir sind dieselbe Treppe hochgegangen, wir sind aber ganz woanders. Oh, ein Verband. Achso. Sehr schön. Sonst hätte ich dich jetzt verbunden. Hä? Aha. Wo sind wir hier? Kein Teamplayer. Ja doch. Hä? Ich wollte dich gerade verbinden, daraufhin hast du dich verbunden. Ja, ja. Sag mal, kleine Schmixer hier. So, müssen wir raus? Oh, da hinten müssen wir hin. Wir müssen die Fackel deponieren. Oh nein. Der ist jetzt auch hier, ne? Da hinten ist der Mann, wir sind ganz nah, ich versteck mich jetzt am Zelt. Ich seh'n aber nirgendwo, bin ich ehrlich. Ich seh'n aber nirgendwo, bin ich da. Okay. Oh, oh, mach hin, wo bist du denn? Der Dud kommt. Ich kann hier nichts machen. Das war die Kuh. Wo ist nächst? Zum Ausgang. Wir müssen zum Ausgang. Warum läufst du denn immer ohne mich weg? Hä? Wir müssen hier... Was? A, wollte ich weg von dem Dud? B, ist hier der Ausgang? Warum soll ich denn nicht loslaufen? Versteh' ich nicht. Der Ausgang ist 10 Meter unter uns? Ja, hier runter. Echt jetzt? Ah. Ja. Jetzt will ich den Haken mal kurz ausprobieren. Und dann? Das ist laut. Ich versteh' den Haken nicht, bin ich ehrlich. Ja, du hast kein Seil irgendwie, oder? Achso! 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 Ja, der ist anscheinend bloß hier so zum Hochklettern. Ist das schlimm, wenn ich den jetzt hier lasse? Nee, brauchen wir nicht. Achso! Ja, das ist cool. Ja, das muss man erst mal wissen. Ich dachte, du kannst damit so ein Seil machen, weißt du? Dass du dich von einem Haus zum anderen schwingen kannst. Ah! Ja, easy, Leute! Easy! Das Geile ist immer... Es kommen immer irgendwelche Viecher und ich so... Wo müssen wir hier lang? Und ich denke mir immer noch so... Nein! Ganz fett, mittig auf dem Monitor. Ja, komm, drücke Z. Guck, wo er langläuft. Schucki so... Was ist das? Wo ist er? Ich kann ihn nicht sehen. Was sind deine Opinionen auf den Massenmörder? Mörder ist ein Schock, Kind. Es ist viel lustiger, wenn du ihn aufhörst. Ja. Hauptsache ich hab grad nen Albtraum, den ich mir anhöre. Und die tut mich tippacken hier. Was ist da los, Mann? Rein und raus und rein und raus und rein und raus. Da spürst du das, spürst du das? Mikrofon. Ah, hier, hier kann ich das testen. Mikrofon-Test. Zeichne deine Stimme auf und höre wie... Hä, es funktioniert gar nicht. Aber du hörst mich, oder was? Achso, hier, Test starten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das verbraucht kein Licht, der Aufständische wird nicht gespeichert. Hier, Test starten. Oha, das läuft. Das ist ja super. Ja, cool. Aber ich weiß nicht. Der Haken erscheint mir dann doch irgendwie als schwierig, oder? Ja, ich glaub, ich nehm wohl... Naja, ich glaub, ich bleib doch bei meinem Arm. Warum kann ich das... Das ist doch, dass man nur einen Pfeil hat. Was ist denn vor Display-Only? Was heißt das? Ich glaub, ich nehm den Schocker. Da kommst du einmal frei, oder so. Äh... Jetzt muss ich erst mal gucken, hier. Äh, über... Was? Alarmin. Ah ja, okay. Jetzt muss ich erst mal gucken, gibt's hier neue Fähigkeiten? Nee. Gibt's hier irgendwas Neues? Ich bin kurz vor Level-Up. Na dann, nächste Missi. Ah hier, Aussehen anpassen. Hey, ich bin trotzdem ne Frau. Es macht keinen Sinn. Ich hab Brüste. Und hab ne Männerstimme. Ich versteh's nicht. Ich hab auch gewusst, ich hab ne Männerstimme. Oh, ich hab nur 302 Snacks zur Verfügung. Das kostet ja alles voll Geld, Alter. Ja, man konnte, äh, ne Stimme auswählen, ne? Ja, ich hatte zwei männliche. Ach so. Ja. Ach, scheiße. Also, ich kann mir gut vorstellen, ich weiß nicht, wer der Zuschauer war, der das auch gespielt hat und das langweilig fand. Ich glaub, alleine macht's gar nicht so viel Spaß. Ich glaub, je mehr mitmachen und so chaotischer wird's und so mehr Spaß macht's. So, was müssen wir machen? Äh, Beweis aufzeichnen. Oh, lol. Wieder die erste Missi. Komm, die machen wir doch im, äh, im Schlaf. Was ist das hier eigentlich für ne Tür? Da kommen wir halt irgendwie nur nicht durch. Da kam diese komische, ach, da kommen diese komischen, äh, Hunter raus. Diese, keine Ahnung, wie sie heißen. Ach so. Ich hab's auch wieder vergessen. Steht hier irgendwo. Shape? Shape, der Shape. Ach ja, der Shape. Der ist das nämlich. Moin! Bobby Joe! Warte, warte. Fuh, 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 fuh! War das nicht. Hier ist ne Kiste. Danke, Angie, für deine 10 Euro. Danke schön. Oha! Ich hab'n Dietrich gefunden. Angie, sag mal. Hallo. Sie steht wieder, ne? Was ist denn, Dietrich? Nee, ich hab' die grad noch mal zu Boden geworfen, eigentlich. Warst du? Ja. Ich glaub, hier vorne um die Ecke ist... Oh, Angie gönnt ja richtig. Ja. Danke schön. Hier in dem Zimmer ist einfach nie irgendwas. Ist du das? Hier muss... Hier ist aber ein Beweis. Glaub ich. Hm? Ich hab' schon aufgenommen. Achso, lol. Da draußen ist er. Oder ist jemand? Einer fehlt uns noch. Danke, Angie, für deine 10 Euro, Donate. Liebe geht raus. Danke, danke, danke. Das ist doch nicht nötig. Können wir doch das Stromkabel in der Light, äh, für die Wohnung kaufen. Sehr schön. Hinten raus. Gestohlenes Handy zurückholen. Äh, Bobby Cho, soviel kann ich nicht reden hier bei dem Spiel, weil die Gegner hören uns dann. Ähm, wann kommt ARK? Äh, machen wir die Woche jetzt wieder. Da ist recht, Angie, da ist recht. Ich bin doch hinter dir. Ich warte, warte und die rennen links, rechts, links, rechts und sucht mich. Bild. Hä, wir müssen da lang. Hä? Die Schritte führen aber hier rein. Aber hier führen doch die Schritte... Ah, hier. Das ist so dumm. Du gehst an die Leiter und musst dann... Ich will da nicht wieder rein. ...wehtrücken, nach oben, damit du... Das ist doch kacke. Du musst wehtrücken, damit man runterläuft, Alter. Ich will da nicht wieder rein. Hm, kann man nicht auf so'n Fakt, ne? Müssen wir vier gestohlene Handys holen, oder warum? Ja, anscheinend hier. Ich probier mal was. Immer bis. Das war, das war nicht so gut. Aber kannst du nicht hochspringen, auf ne Kiste drauf? Ja, ja. Das war ja mal... Ich wollte eigentlich hier auf der Kiste landen, Alter. Dass ich die verfehle, das war überraschend. Warte mal, Dietrich. Das erste Hände haben wir. Ah, lol, das war's. Hä, lol. Tschüss, Karli, tschüss. War schön mit dir. War schön. Hä, lol, da waren drei Ziele. Ja, geil. Ist das einfach oder schwer? Ja, Leute. Dank meinem genialen Trick und meine zwei HP, die ich noch hab. Nein, war Spaß. Äh, hehehe. Hier ist was, ne? Quiet. Halt, das geiler ist. Hahahaha, wer ist hier schlummer? Ja, das ist gut. Nein, komm mit, komm mit, komm mit. Komm mit. Warum willst du denn kämpfen? Ben. Ha. Ah. Ah. Geht nicht, Bobito. Geht leider nicht. Ich hab's probiert. Oh doch. Nix, nix. Alles gut. Was zur Hölle ist das hier eigentlich? Na, schade. Nee, geht nicht. Ja, find ich auch schade. Wäre lustig. Nein, Bobito meinte Taser Makali. Das geht auch nicht. Ich hab auch schon versucht, dich zu erschießen. Was? Weißt du? Ich hab so ein schlechtes Gewissen dabei. Dann kann ich so hören. Ich hab auch schon probiert, dich zu erschießen. Was? Ja, gut zu wissen. Ab jetzt, ne? Du hast geträumt. Müsstest du dich doch gerade erinnern? Ich bin auch Level 3. Oh, simpel. Simpel steckt hinter all dem. In diesem Welt. Leben ist ein Violation. Mein Kopf. Er fühlt sich komisch an. Ah. Aber wenn... Ich hab einen Albtraum im Albtraum. Irgendwas reibt sich an meinem Kopf. Eine große, finstere Grotte. Nein. Nein. Halt es in. Erinnern Sie. Erinnern Sie. Erinnern Sie. Wenn Sie kommen für denjenigen, die Sie verraten, erinnern Sie diese Angst. Und erinnern Sie es zehnmal. Oh, achso, ja, Level 3, genau, da war ja was. Fertigkeit, Punktverdienst, neues, oh, Labyrinthgebiet freigeschalten. Neue, Belohnung, Seher. Ja, wild, warte mal. Mach Platz! Letzter Platz da, hier kommt Mazda, Mazda. Zu Bodenringen, starke Fähigkeit, Kosten 2, schade. Kann ich die eigentlich, die habe ich ja angelegt. Ah, hier gibt es auch noch. Gibt es hier, rüste dein Handy auf, um Anrufe, oh Gott, um Anrufe zum Überwachungsgerät eines bestimmten Schlafwandlers vorzutäuschen. So, lenkst du den Schlafwandler ab, denn nun der zuvor angenommenen Sprachnachricht lauscht. Und du kannst dich an ihm vorbeischleichen. Ja, ist schon okay, aber naja. Was haben wir hier? Äh, du bündelst deine Schmerzen mit höchster Konzentration, sodass dein Körper für kurze Zeit gegen Verletzungen und Erschöpfungen immun ist. Halte er, äh, um für 10 Sekunden immun gegen Verletzungen zu werden. Du lädst deine Fähigkeiten erneut auf, wenn du Schmerz empfindest. Hä? Ich kann dann eher einfach gedrückt halten und nehme keinen Schaden mehr? Das ist aber auch geil. Du kannst, äh, deine eigene kleine Drohne mitbringen. Sie verfügt über einen leisen Motor und ein aufrüstbares Kamerasystem. Mit dem kannst du deine Umgebung überwachen, ohne dich selbst in Gefahr zu bringen. So verwendest du sie. Du erhältst eine Drohnensteuerung. Hm, ich weiß nicht. Aber warum kann man denn immer nur eine Karte nehmen? Äh, du hast später noch mehr. Ist ja noch gesperrt. Muss ja leveln. Spar jetzt. Alter, Gandalf, ey. Was ist los? Du Lacker. Er hat jetzt nochmal zwei neue Bounds bekommen. Nein, Gandalf, du Lacker. Ja, man kann ja jetzt sowieso noch nicht mehr ausrüsten. Also, ich weiß nicht, da ist, äh, ja. Wollen wir? Oder willst gerade noch irgendwas machen? Nee. Oder willst du nicht mehr? Doch. Alles klar. Bewege ich mich eigentlich auch links-rechts? Kommt die Soundtrack von woanders? Irgendwie war das ganz weird gerade. So. Pakete eingesammelt. Fahrrad des Kuriers suchen. Alter, das ist ein schlechtes Bild. Wer hat denn das gemacht? Oh. Komm, Schnucki. Ja. Speedrun. Schön, Gandalf. Speedrun. Aber kriegst du den nicht eigentlich, äh, mit Erfolge bei einem Schlachtzug? Hab's aufgeknackt. Scheiße, das ist vor dem Haus. Bist du in der Garage? Lauf. Oh, nein. Ah, hier. Hinter uns. Ja, da, wo wir gerade herkommen auch. Hä? Von da kommen wir nicht. Ja. Achso. 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 Ich glaube, wir müssen durchs Fenster. Da drinnen. Oh. Oh. Achso. Ach da, Abhör-Wanser. Halt die mal. Sehr gut. Okay, hab sie angebracht. Loll, hinter der Steckdose einfach angebracht. Hä, hier geht's ja auch unter, oder was? Stop. Oh nein, ich will's wissen. Ich muss es erkunden, es tut mir leid. Da steht stop. Ah. Beweis gefunden. Kommt die olle, ich schmick sie jetzt hier runter. Aber da müssen wir nicht hin. Ah, cool. Ein Taser ist gleich wieder aufgeladen. Ja. Leiser. Ja, diesen Jazzzug-Ull-Dumm oder wie immer der hieß, den haben wir auch probiert, aber wir waren immer zu dumm für. Wen? Schlagzug. Oh Gott. Um die Folge zu bekommen. Tito. Schön, dass du da bist. Und ja, ich hab dich ein bisschen vergessen. Gerne, gerne. Also wir können auch gerne mal zu zweit machen, wenn du möchtest. Morgen. Können wir dann mal zu zweit irgendwie lauter Mounts fahren. Der hätte ich auf jeden Fall Bock. Drauf. Hä? Nein! Richtige Ninjas. Wir müssen wieder rein. Das ist noch mal was. Das sind schlechte Ninjas. Okay, hab's. Ich bin wieder draußen. Wir sind gut in den Jazz. Als ob du es selber vergessen hast, Dito. Ja, ja. Dito kann ja auch hier mitmachen, wenn der Bock hat. Ich glaub, das braucht auch keinen ganz so guten PC. Schlenk ihn auf mich. Schlenk ihn auf mich. Sperrt ihn aus. Echt jetzt? Warum? Ach, weil ich die Dinger alle eingesammelt hab. Yes! Es ist wieder rausgegangen. Oh, Gandalf. Hätte ich den Tag den Sub nicht verschenkt, hätte er auch mitgespielt. Es geht um den Brote Drachen in Uldur. Achso, stimmt. Uldur. Ja, nee, nee. Wir haben auch... Achso. Uldur. Wir haben auch Uldur gemacht. Keine Ahnung. Ich glaub Uldur. Achso, Dito. Kannst du einmal schreiben, was du versorgen hast. Es war halt irgendwelche Mounts fahren. Ist hier eine Tür offen? Äh, Fenster? Na, Lukas! Hast du keinen Dietrich? Geht es dir, irgendwann streamst du wieder? Achso, hast du jetzt länger nicht gestreamt, oder was, Dito? Ja, doch. Man hat ja immer nur einen Dietrich. Hast du nicht einen gefunden? Oh nein. Ich lenke ihn ab, ich lenke ihn ab. Hallo, hier. Hey, da rein. Erfordert Dietrich. Achso, den hast du von uns benutzt. Ich weiß, wie wir hier reinkommen. Folge mir. Ich hab ja nicht eine Tür geöffnet. Doch, du hast gerade die andere Tür geöffnet. Die Gartentür. Mit deinem Dietrich. Oh mein Gott. Was ist das denn? Warte, was machen wir? Es geht um den Schlag und reißen. Ich kann die Tür nicht zumachen. Was ist das? Hä? Komisches Haus. Was ist das eigentlich? Ne, hab ich auch schon gepackt. Gibt es ja geknopft, oder so? Nicht so gut. Oh. Die alte kommt. Hier. Ja. Machst du das hier? Pass auf, die müssen wir anscheinend auch noch anbringen. Ei, 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 Gandalf. Ja, schade, ne? Wie gefällt es dir denn, Gandalf, bis jetzt? Die Psyche, dann die Streams. Deshalb habe ich jetzt ein wenig ausgesetzt. Bist du bei mir? Ich lenke ihn wieder ab. Hallo, ich bin hier, mein Freund. Hier. Da dachte ich, es steht eben aus dem Briefkasten. Ja, Dito. Da muss man sich selber ein bisschen disziplinieren. Ich habe da jetzt auch ein paar Maßnahmen getroffen, was den Stream angeht. Da ist... Aber kann man ja mal so ein bisschen schreiben. Oh, da oben. Dach. Was machst denn du? Ich sage, da oben auf dem Dach. Ja, hier unten. Ich weiß nicht, warum du da oben bist. Da kam ein Gegner. Das ist... Da kommt auch was zu dir. Da kommt was zu dir. Keine Ahnung. Wir müssen runter übrigens. Um das nochmal auszudiskutieren. Es kam ein Geräusch, dass Gegner kommen. Und ich sagte, oh, da oben auf dem Dach. Und mit einmal rennst du hoch aufs Dach. Ich dachte, wir müssen da hoch. Nein. Das Gegnerräusch und dann... Oh, da oben auf dem Dach. Damit wollte ich nur sagen, dass der von da kommt. Das Haus ist hier sehr schön. Ja, da müssen wir auch rein. Geh durchs Fenster. Jetzt müssen wir doch hier runter. Ist ja lustig. Eieiei. So, jetzt können wir wahrscheinlich wieder die nächsten 5 Sekunden ein bisschen reden. Boah, ist schon krass halt, ne? Ich habe das Gefühl, die reagieren gar nicht so auf meine Stimme. Oder täuscht? Oder täuscht das? Soll ich es nochmal probieren? Ach, Mann. Das kotzt mich so richtig... Hä? Ach so. Es sind überall Kisten. Ich will da ran. Moment. Ich auch, aber ich weiß nicht wie. Ah, Dietrich. Scheiße. Hier kommst du bloß mit Dietrich rein. Ja, oder? So, ich kann kicken. Ne, ich kicke nicht. Man hat bloß einen am Anfang. Das habe ich mir ausgerüstet. Okay. Kommst du? Nein. Doch. In der Tierkiste. Oh, geil. Geil. Ich sehe nix. Es ist so hell. Ich hänge fest. Das sieht cool aus hier. Sieht trotzdem cool aus. Ja, zum Glück. Die Drohnen waren ab, fuck. Hä? Geht's denn hier noch tiefer? Komm mit. Oh nein. Ja, doch. Scheiße. Scheiße. Warum hängen wir hier unten Rekrutierungsplakate auf? Das macht keinen Sinn. Wir müssen aber da unten hin. Wo rennst du immer hin? Verstehe ich nicht. Kiste. Oh. Kiste. Kiste. Oh. Toll. Hier sind die Menschen irgendwie erklärt. Das ist sehr gut. Das ist das nächste. Ich glaube, hier sind keine Gegner. Oh, da kommt einer. Hä? Das war das einzige. Ja. Wir müssen wieder nach oben. Entschuldigung. Na toll. Geh nicht an die Tür ran. Danke. Danke. Es kommt noch in die Hände. Danke. Betrete die Bögen. Müssen wir hier überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Wie groß ist diese Karte eigentlich? Dietrich. Wie groß ist diese Karte? Ich glaube, hier sind wir richtig, oder? Wir kommen rein mit Dietrich. Ja, ich glaube, da müssen wir auch rein. Komm mal mit. Da ist einer, ne? Da kommt. Plakat hängt. Hier ist noch eine Kiste. Oh, hier sind alle Plakate. Scheiße. Wo ist der eine Dude? Cool. Wo ist der nächste? Okay, wir müssen raus. Okay. Cool. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Hier ist noch so eine Tür. Hier kann er auch kommen. Die Gegner hören uns. Also, wir sind Kinder und alle Erwachsenen schlafen. und Traumwandeln. Und, äh, wenn wir laut sind... Wo, 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 wo? Hier, hier. Hier, hier. Ja, wenn wir laut sind... Ja, ich kletter die Leiter hoch gerade. Dann hören die uns halt. Und deswegen sind wir halt relativ leise die ganze Zeit. Und flüstern, damit wir nicht zu laut sind. Äh. Warte mal, ich gucke mal, wo der Dude eventuell ist. Warte mal, hier waren wir gerade. Der ist vor uns. Guck mal hierher. Ja doch, wir müssen hier lang. Ne, hä? Scheiße. Ne, hä? Oh nein. Schatz, er hat uns wieder zu ihm gefühlt. Ja, du bist da runtergesprungen. Ich denke, wir müssen hier ja schon nicht lang. Der ist hier irgendwo in der Nähe, ne? Ja. Du bist hier runtergesprungen. Ja, ich hab gesagt, hier waren wir schon. Dann sag mir, wir rennen nochmal den Gang. Bist du runtergesprungen? Ja, ich renne wieder den Gang lang. Kommst du? Ich kann gerade nicht, der Typ ist hier. Boah, weißt du, jetzt lässt du mich wieder alleine. Hä, komm doch her! Spring runter und komm her! Was ist denn? Ich hab doch den Raum abgeguckt, da ist doch nix. Ich weiß nicht, warum du da rumgammelst. Ja, der ist hier. Der ist hier. Ich hab ihn doch gesehen. Ich hau mir, ich hau mir, ich hau mir. Komm mal ran. Huch. Hier ist einer. Ich hab Dietrich. Sehr schön. Wo willst du hin? Ja, raus! Meinst du? Auf die andere Seite. Wir müssen da durch durch den Tunnel. Ja, wir müssen hundertprozentig hoch, oder nicht, erst mal? Ja, komm mit, hier. Da hinten ist die Leute noch oben. Sicher oder was? Ja. Noch haben wir es nicht geschafft. Aber so gut wie... Nein. Sch. Sch, mich nicht an. Sch, du mich nicht an. Ich bin tot. Hä, warum? Bist du jetzt da hochgegangen? Ja. Oh, er ist bei mir. Ich muss einen anderen Ausgang nehmen. Nein. Ich hab doch meinen Taser gedrückt. Er ist doch bei mir. Ich bin draußen. Echt? Ja. Ach so, ich dachte, du bist draußen aus der Map. Nein. So. Ich bin noch hier. Ich hab's geschafft. Okay. Alter, der ist mir hinterher gemacht, ne? Der Dude. Ja, der war bei mir auch. Du bist ja dann was dann irgendwie da unten. Ja, ja, weil der mir ja den Gang da draußen hinterher gelaufen ist. Äh, den Tunnelgang. Ich muss ja komplett wieder den Tunnel zurücklaufen. Der ist mir ja im Tunnelgang hinterher. Ja, und dann, dann hat er mich geschnappt. Ah. Der hat dich ja geschnappt. Du hast ja gesagt, der hat mich. Ich bin tot, als er mir im Gang hinterher gelaufen ist. Als ob es zwei davon gibt. Hä? Ich hab doch letztens auch schon gesagt, Gewehrere. Puh, Alter. War auf jeden Fall krass, Leute. Aber wir haben es geschafft. Guck mal, wir haben sogar 80% erreicht. Was haben wir denn nicht geschafft? Ach so, Bonusbeweise. Scheiß auf die Bonusbeweise. Ja. Oh, mein Gott. Nee. Oh, warum nicht? Du schmierst mein Ohr immer mit brauniger Marmelade ein. Während ich schlafe. Was ist eigentlich mit denen? Die haben ja... Die chillen ja die ganze Zeit nur dumm hier rum. Ja, die gehören zum Club. Scheiß auf den Club. Die müssen mal helfen. So fliegen die raus. Ach so. Level Up gab es ja gerade gar nicht, ne? Wo war die Karte, Alter? Direkt das nächste. Dann müssen wir Level 4 sein, wa? Ja. Puh, ah. Ja, macht auf jeden Fall irgendwie Bock. Ich kann nicht verstehen, dass es langweilig sein soll. Ich muss ja trinken, eins schenken. Also, ob die wirklich tausend Tipps hier eingebaut haben. So, Schnucki. Speedrun. Komm. Speedrun. Ich bin in deinem Kopf. Oh nein, wir müssen halt direkt runter, ne? Oh, es sind voll viele Leute, ne? Down, down. Speedrun. Es geht direkt runter, halt, ne? Oh, Mann. Moin Eis, wie geht's dir? Ich reiz nie, ne? Ich mag diesen Unsichtbar nicht. Ne, der ist echt scheiße. Ich meine, ich mal nie meine Augen zu. Ja, musst du machen. Öffnet das Datenzapfgerät, äh, von, was? Refrain? Was von Refrain? Und zeichnet es auch. Ich probier's nochmal und... Ich weiß, dass du das hier bist. Du musst die Tür öffnen. Ah, ja. Ist es drin oder draußen? Danke. Alter, war geil. Aber, es ist doch draußen. Den Dietrich haben wir schon mal gewastet. Na, was heißt gewastet? Ja, Verbände. So. Und jetzt? Macht das Lärm? Ich komme her. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich weiß es nicht. Ach, aufnehmen. Du sollst es aufnehmen. Ach so. Pass auf den anderen auf. Nimmst du auch gerade auf? Okay. Okay. Das Teil ist fertig. Jetzt. Jetzt was? HQ's got the next step. Puh. Du bist noch raus, oder? Guck mal. Ja. Okay, wieder eine kleine ruhige Passage, Leute. Solange wir die anderen nicht da sind, kann man auch hier ruhig langlaufen. Uff, ey. Hallo, Lukas. Hallo, Lukas, 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 Lukas. Einfach über uns. Oh mein Gott. Was? Was? Was ist das? Was ist das? Äh. Wir haben nur 40 Sekunden, ne? Wir müssen rennen. Da, Fenster, zum Fenster. Warte, hier, hier ist doch was, Mann. Achso, stimmt. Sie kommt. Okay, let's go. Da, zum nächsten Computer. Wir müssen uns aufteilen. Ich geh rein. Oh, ich komm nicht rein. Da, offenes Fenster. Hä? Äh. Äh. Hä, jetzt springt der Virus wieder um. Ich find keinen einzigen. Scheiße, okay, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Oh, Digga. Wir müssen wieder runter, es tut mir leid. Ich lerne es nie, ne? Du kannst runterspringen, du kriegst keinen Schaden. Stimmt. Eieiei, so, jetzt erstmal die Fackel finden. Tut ihr nen ganz normalen Takedown? Was ist das? Und jetzt? Oh nein, er kommt. Oh, er hat mich. Scheiße. Er ist wieder verschwunden durch die Tür. Was müssen wir tun? Äh, wir müssen... Ja, dir lang, genau. Bei dir lang. Ich hab noch keinen... Ich hab die nicht fallen lassen, die hat sie mir rausgenommen. Jetzt hab ich sie fallen gelassen. Ich hab sie genommen. Ich hab sie nur wieder fallen gelassen. Da müssen wir nicht lehnen. Hier hoch. Okay. Oh ja, Silvester, Böller. Da ist eine Kiste. Weg an. Sehr gut. Hey, ich dachte am Anfang, die Map ist voll klein, weißt du? Und jetzt haben wir hier so eine riesige Map. Wie geht es dir? Äh, mir geht es ganz gut. Und dir? Ich hab so ein krasses Lichtding aus der Hand. Oh, Alter. Sehr schön. Zum Ausgang gehen. Lol, das war ein übelster Speedrun, Digga. Ja. Juhu. Was ist das? Äh. Wo ist das? Irgendwas rennt uns hinterher. Ja, egal. Ja. Alter, das war ja ein... Booyah! Speedrun, Mann! Oha! Einfach so... Das freut mich, wenn es dem was geht. Irgendwas ist einfach so mein... Also links von mir einfach so... What's up? Dann hab ich hinter uns Schritte gehört. Du hast vor mir und hinter mir rennt einfach einer mit. Waren wir zu dritt oder was? Oha! Äh, wir sind voll gut in dem Spiel. Oder? Ja, easy. Wir sind Legenden, Alter. Oh, Level 4. Wir können die nächste Map machen. Wenn wir wollen. Ja. Aber in dem haben wir jetzt auch wieder neue Gebiete freigeschaltet, ne? In dem ersten Level. Das Labyrinth wird immer größer. Neue Bedrohung. Neue Bedrohung. Tempo fallen. Ach du Scheiße. Also, das erste Gebiet wird jetzt nochmal um einige schwieriger. Und wir haben ein zweites Gebiet freigeschaltet. Oha! Moinsen, Simpel! Hallo, Simpel. Wie geht's dir so auf Arbeit? Oh, wir haben einen zweiten Slot. Ja, ja. Ab Level 4. Wild, Mann. Das macht eine Menge Spaß, Simpel. Schade, dass du arbeiten musst. Schauen wir mal hier. Zweiter Slot. Was mache ich denn? Dietrich war ja schon mal ganz geil. Energieriegel. Manchmal findest du einen zweiten Gegenstand, wenn du eine Kiste... Ah, cool. 10% maximal mehr Ausdauer. Ist halt auch geil, ne? Ausdauer benötigst du zum Sprinten und Klettern. Du kannst ohne Bewegungseinschränkung sprinten, wenn du jemanden auf der Schulter trägst. Hä? Was bringt einen denn die Schulter, das auf der Schulter tragen? Ich glaube, ich mache auch Ausdauer. Keine Ahnung. Kauf ich mir eine Klamotte? Ah, hier habe ich nur einen Punkt zur Verfügung. Schade. Aber warte mal. Ich habe 920, aber ich möchte gerne auf diese Teufelsmaske hinarbeiten. Soll ich pink nehmen und du dann rot? Ach so. Wie bitte? Hier im Shop soll ich dann die pinke nehmen und du die rote Teufelsmaske? Lol, die Augen sind aber auch witzig. Koste, wo habe ich... Alter, schon 920. Ja, die Teufelsmaske sieht schon ganz nice aus. Hä? Voll cool, Mann. Hä, vor allem der Taser ist einfach das Beste, ne? Ich glaube auch, ja. Bei dem Mann, dann hast du aber bloß einen Schuss und der Taser zieht sich auch. Ja, ja. Ne, ich glaube, die Armbrust, das Geschoss kannst du wieder aussammeln. Echt? Ich denke, ja. Oh, Schmimpel. Ach so. Schmimpel, Dimpel. For Display only. Ich glaube, das zeigt einfach nur, was es gibt. Die Armbrust zum Beispiel, da siehst du den Pfeil da oben. Ja. Also, das findet man halt alles. Wo sind eigentlich die Sachen, die wir jetzt gefunden haben? Weg, oder was? Ich glaube, ja. Das wäre geil, wenn man die so sammeln könnte, wie bei Phasmo. Das ist halt, dass es sich auch wirklich lohnt, dass man die, äh, ja, mitnimmt und findet. Jetzt haben wir hier, äh. Habe ich mir das alles nur eingebildet? Ich habe meine Mutter gefragt und sie meinte, es sei nur ein Fiebertraum gewesen, was auch immer das bedeutet. Ich war gar nicht krank. Ich habe auch nichts Seltsames gegessen. Als ich aufwachte, war ich frisch geduscht und trug gewaschene Kleidung. Ich war nur total müde. Noch mehr als sonst. Anonyms Tagebuch. Nächster Eintrag. Es ist schon wieder passiert. Ich habe schon wieder geträumt, dass ich von Schlamm bedeckt bin. Ich war wieder an einem dunklen Ort. Diesmal bemerkte ich einen Geruch und schwere Luft, als wäre ich unter der Erde. Ich hatte meine alte Jeans mit den zerrissenen Knien an, die ich letztes Jahr trug. Aber als ich aufwachte, fiel mir wieder ein, dass Mama diese Jeans Ende letzten Sommers vor Beginn des Schuljahres weggeworfen hatte. Es gibt jetzt Tempo-Fallenboden freigeschaltet, ne? Ach so, die können wir jetzt nutzen. Ich dachte, das wäre ein neues Hindernis. Ach so. Das ist ein neues Hindernis. Die sind ähnlich aufgebaut wie Alarmmien. Wenn du zu schnell bist, lösen sie aus. Aber du kannst dich langsam annähern. Ach so. So, letzter Eintrag. Ja. Ist egal, Speedruns. Wir kriegen das auch so hin. So. Irgendwie schon. Musik im Traum? Ich habe wieder davon geträumt, an einem dunklen Ort zu sein. Aber diesmal war ich nicht mit Schlamm bedeckt. Ich saß in einer Reihe. Rechts und links von mir saßen Leute. Wir hörten Musik. Und sie waren überwältigt. Ich konnte spüren, wie sie mich bewegte. Ich versuchte, mich zu konzentrieren. Was ist dies für ein Ort? Und wo ist er? Die Musik schien keinem Muster zu folgen. Aber trotzdem hörten wir alle gebannt zu. Ob das etwas mit den anderen Traum zu tun hat? Fragezeichen. Anonymes Tagebuch. Tschüss. So, nächste Missy. Schwimpel, das musst du unbedingt mal mitspielen. Schwimpel, Schwimpel. Das Spiel macht zu Bock. Wollen wir jetzt mal westliches Houdlin machen? Oder nochmal die erste? Die neue, oder was? Ja. Ja, okay. Auf geht's, ab geht's. Drei Tage wach. Die nächste Party kommt schon bald. Drei Tage wach. Ich hätte gerne noch einen zweiten Dietrich. Ich glaube Dietriche und der Taser ist das Beste, was es gibt. Jetzt höre ich dich wieder. Ich habe gesagt, ich hätte gerne noch einen zweiten Dietrich. Dietrich und Taser sind glaube ich das Beste, was es gibt. Speedrun! Alter, betäubungsfrei, Stolperdraht habe ich geholt. Achso, hier geht es ja um eine Anfangskiste. Oha, ich habe... Ich habe... Ich habe... Was ist das? Achso, Stolperdraht. Ja, hast du gerade gesagt. Cool. Betäubungsfrei. Das heißt, die laufen da drüber und sind dann betäubt. Geil, Mann. Speedrun! Ich hänge fest. Okay, hab's. Weißt du schon was? Was müssen wir machen? Rekrutierungsplakat einsägen. Ich geh ran. Wir müssen da lang. Quieter Marsch! Wir sind Speedrunner. Okay, ich hänge da eins auf. Was ist das? Denk an die Mine. Ich sehe keine. Wie, du hängst da eins auf. Wir müssen erstmal eins haben, bevor wir da können wir nicht aufhängen. Jetzt können wir machen. Äh... Man kann winken. Ich weiß noch nicht wie. Da kommt jemand. Wie kann man denn winken? Äh... Wenn du Bild gedrückt hältst, passiert irgendwas? Ach ja, da kannst du da... Hier, gucke. Hä, das hast du schon ausgerüstet? Oh, ich hab da gar nichts. Schade. Äh, das ist wieder unterirdisch, ne? Oh nein. Da lang. Speedrunner, Digga. Hä? Das sagt hier hoch. Das sagt hier hoch. Wo sind die Minen? Ja, wir sollen hier hoch! Drück Z! Sag mal! Wie bist du da hoch gekommen? Ja, an der Wand hoch. Einfach hoch springen. An der Wand. Ich bin hier. Ich guck mal kurz wegen Bonus-Sachen hier, ne? Was? Als ob der... Guck mal, der kommt eher hier hoch als du. Komm, scheiß auf Bonus. Hä, wir sollen hier wieder raus? Ne, hä? Ja, wir sollen hier wieder raus. Ah, hier. Ne, hä? Warte mal. Ne, doch. Wir können hier rein. Ja, da müssen wir auch rein. Irgendwas stimmt mir in meinem Hals nicht. Ah, Corona. Speedrun! Ich bin behindert. Was? Was ist das vor? Hey, wir sind hier hingekommen. Ich kenne Ninja. Heute spreche was für ein Mann, aber ich bin eine Frau. Sehr gut. Was denn? Komm. Oh, wegen dir muss ich wieder reden. Ich verstehe es nicht. Du gehst halt immer vor. Ja, komm doch einfach mit. Wo ist denn der? Der war weg und wir konnten gehen. Ich verstehe es nicht. Pst. Pst. Wir müssen nochmal zurück. Da ist noch eins. Mach du doch das nächste. Das kann nicht sein. Es ist da drin. Ich weiß nicht, wo du das anrufen hast. Hier, now, swiftly. He will catch you before the others. Hilf mir! Ich habe fette Probleme hier. Jetzt habe ich wieder gesprochen. Das kotzt mich an. Hallo. Oh. Hier ist nur der eine. Kiste. Oh, schlecht. Er klettert hoch. Er hat dich jetzt gleich bei dir. Das handeln dich alle. Ich glaube, er hat dich verloren. Was jetzt? Sarah? Sarah, ich komme zurück. Wo ist er? Keine Ahnung. Ich glaube, ich wurde oben angegriffen. Ich bin sehr schwer verletzt. Hast du Verbände? Kommt der nicht her. Ach. Da oben ist eine. Vorsicht. Er hat mich fast getötet. Ich habe keine Verbände. Er kommt, er kommt, er kommt. Ja, hoch, hoch. Ja. Kommt hoch. Siehe. Okay, er ist ganz weg. Ich kann dich leider nicht heilen. Oh, er kommt. Oh, renn. Renn doch. Blockier nicht. Wie alt ist hier? Ich bin tot. Ich bin tot. Ich kann es wegdrücken. Ja, ich renne quer über die ganze Karte. Ich werde geschockt. Betäubt. Mit dem Nachbarn. Wir rennen lieber die Straße. Wasser kommt zu mir. Kacke, ich renne jetzt hier über die ganze Karte. Wasser, ne? Wir müssen das jetzt schnell machen. Ach, das sind die Dinger. Hallo, Sarah. Hallo. Ich habe einen Bonusbeweis. Nee, der ist da hinten. Wir müssen jetzt wieder runter. Der ist vor mir. Der ist vor mir. Der kommt auf uns zu. Das kann doch nicht sein. Ja. Warte mal, Charison. Er hat dir das dann beigebracht. Er ist wieder aufgetaucht. Er kommt. Komm, über den Zaun. Der Zaun regelt. Wie geht's dir? Ich häng fest. Ja, den gibt's nur einmal, aber der kann sich halt teleportieren, da wo die Türen hier sind. Ja, das ist ein Schmixer. Okay, wir sind da hin. Wir müssen jetzt Haus rein. Ja, wir müssen hier rechts hin. Ach so, wir müssen runter, ne? Zeck nutzen. Okay. Ich glaube, ich sollte doch nicht mehr rennen. Er ist hier. Er ist über uns. Er kommt runter. Er kommt runter. Er kommt runter. Er ist schon hier unten. Er ist hier im Raum. Ich geh hier rein. Ich bin neben dir. Ich muss rennen. Tschüss. Er ist doch neben mir. Warum bin ich denn jetzt mies? Ich verstehe es nicht. Es sind alle hier laut. Oh, ja, das wusste ich nicht. Ich war gerade angucken. Ich bin tot. Ich bin ganz tot. Nein. Ich bin auch tot. Ich verstehe es nicht, dass ich mies bin, wenn der auf mich draufkommt. Ich denke, du bist tot. Nee. Jetzt bin ich tot. Scheiße. Hä? Das ist doch kacke. Warum ist denn der von Anfang an hinter uns her? Das ist unmöglich mit dem, ne? Das ist unmöglich mit dem. Scheiße. Stehe ich nicht. Ja, schade. Gar nichts in der Kiste gehabt? Ja, ich finde, unten ist es halt scheiße. Es ist alles einfach. Nur wenn der Dude da ist, hast du halt keine Chance mehr. Ja, vor allem der handelt der auch. Du kannst ihn nicht entkommen, weil er immer hinterher warnt. Du kannst uns langlaufen. Ich habe alle Plakate. Ja, er hat die Plakate eingesammelt. Kommst du zu mir? Sehr gut. Tschau. A little noise. Ach. Look at our expense. Da oben, Fenster auf. Da kann man nicht auf. Ich bin oben. Hier hoch, springe ich an dem Dach. Okay. Okay. Wir sollen hier wieder raus. Komm, wir gehen runter. Toll. Eine Gäste. Wer sagt, wir sollen hier rein? Ach so, hier raus oder was? Okay. Okay. Puh. Schon cool irgendwie. Cool. Na dann. Ich will nicht. Schau mal, der Dude kommt jetzt nicht wieder so schnell. Ja, geh mal schon ein bisschen auf den Sack, ne? Das Aufräumenkommando. Ich will ja aber. Ich will. Hä, das ist ja derselbe Unterkund. Kiste. Hier oben ist das erste. Ja, ich habe eine Kiste geöffnet mit dem Dietrich. Geht ihr die Kiste rein? Die ganze Kiste? Ja, nimm die ganze Kiste mit. Da kann man alle Sachen verstauen. Und mitnehmen. Okay. Da ist noch eine Kiste auf der anderen Seite. Okay. Ich habe einen Verband. Das ist schon mal gut. Ja, wo war jetzt die Kiste? Ja. Da drüben. Ach, hier unter uns. Nein, da drüben. Na, was? Ich sehe da. Unter uns ist direkt einer. Hier. Ach, da, da. Ach, da. Ja, da ist auch einer. Aber mein Inventar ist voll. Ja, dann scheiß drauf. Okay. Wir gehen in den nächsten Raum. Meine Kryptoprogrammbibliothek. Hä? Du musst alles machen, ne? Ich habe keine Ahnung. Hm. Nein! Ich bin runtergefallen. Nein! Nein! Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Alter! Das macht er da. Geil. Geht er an die Stahlriemen und zieht da dran? Geil. Das war cool. Das war saukool, Alter. Das ist ja cool. Geht er da dran und rastet einfach aus und spielt Riesengitarre. Oh nein, ich hab das schon gesehen. Hier. Was? Wer weiß. So, war es die Tür oder was? Leider waren wir vergossen. Achso, lol, hab ich irgendwie nicht gesehen. Hier, kein Beweis. Oh. Äh. Du gehst vor. Ich trau mich nicht. Tschüss. Tschüss. Alter, da unten ist ne fette Kiste. Wir müssen irgendwie nach oben. Ja, hier kommen wir nach oben. Ja, gut. Ich bin hier. Kustik der Matten, geil. Ja, damit. Direkt von der Tür gerissen. Hier vorne, hier vorne. Hier vorne. Und noch eins. Sehr gut. Siehst du, wenn die gar nicht da sind, ist es gar nicht so schwer. Oh Gott, bin ich erschrocken. Hi. Nein. Taser wartet schon. Sch-Sch-Sch. Sch-Sch-Sch-Sch-Sch. Sch-Sch-Sch-Sch. Okay. Eins fehlt. Geil, Alter. Ultrageil. Ultrageil. Hä? Gar nicht. Das ist noch versperrt. Da kommen wir anscheinend später. Ich habe einen. Ja, wo geht es denn jetzt lang? Wir müssen runter. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich weiß nicht, wo hier ist. Ich sehe dich nicht. Ich tue nur da. Hä? Wir müssen nach unten. Warum gehen wir jetzt den Weg nach oben? Hast du nicht nach oben gesagt? Du siehst doch, wo wir hin müssen. Wir standen auf dem Punkt. Wir müssen eine Etage... Ja, vielleicht geht es ja hier auch runter. Ja, das kann ja sein. Hör auf zu rennen, bitte. Wir entfernen uns ganz, ganz weit. Wo sind wir hier, bitte? Ja, okay, wenn es zurückgeht. Nee, doch. Doch, doch, doch. Stimmt, 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 stimmt. Echt? Ich glaube, ja. Nein, da wollte ich nicht in die Kiste. Ja. Warte. Ja, ja. Uah, ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ne. Was ist hier? Ey, das ist hier, wo wir gerade waren, oder? Hier waren wir da gerade. Ach so, das ist direkt hier dran. Okay, aber... Ach du Scheiße. Okay, was ist nächstes? Ach du Scheiße. Okay. Okay. Hier? Da müssen wir nicht lang. Doch. So laut den Schritten müssen wir... ...da hoch. Ne. Ne, da lang. Ah, hier lang. Sie spielen uns ein Lied. Eine Leiter. Was denn? Hier ist eine Leiter. Sie müssen nicht los. Das Ding ist, ich sehe hier keine Schritte. Ja, lass die Leiter hochgehen. Da hoch ist aber auch mal so. Ist egal. Das ist aus. Wer hat dich? Der hat dich. Der hat dich? Ich sehe keine Schritte. Ich habe keine Ahnung. Hier nicht runterspringen. Da müssen wir nicht hin. Wir müssen dann wieder raus. Wir müssen hier... Ah, okay. Ja. Hm. Wie? Jetzt sagen... Jetzt führen die Schritte wieder hier rein. Wir müssen da runter. Wir müssen den Ausgang finden. Ja, aber die Schritte zeigen einen ja an... Aber der Ausgang ist doch da drüben. Ich truste. Ich truste. Ich truste. Warte kurz. Ich schließe. Das war mir? Hm. Okay. Ah. Und noch eins runter. Scheiße. Hier runter. Kiste. Kiste. Oh, nice. Ach, da. Stimmt. Sehr gut. Okay. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Doch, komm mit. Du hast ihn. Okay. Puh, er ist noch nicht gekommen. Krass. Kann das sein, dass je mehr Chaos wir machen, und so eher kommt er? Das werden wir gar nichts auslösen. Niemand töten gar nichts, dass der auch nicht kommt. Wir müssen noch mehr sammeln. Im Nachbarhaus. Äh. Ich gehe aufs Dach. Okay. Okay. Das ist cool. Nichts, was ist das? Ist das überhaupt hier drin? Da ist nix, ne? Ne. Da auf der Straße. Da rein. Ich bin total dringend. Die Toilette. Soll ich machen, oder hast du noch? Ich habe noch drei Dietriche. Okay. Hey, wir haben voll viele Dietriche. Voll gut. Dieteriche. Dieteriche. Ein Dietrich, zwei Dieteriche. Geht's da? Geil, Alter. Ich habe ultra krass, wie ist da. So. Falle mit Schaum besprühen. Oder dauerhaft, äh, ausgeschaltet. Okay, ist oben. Tempofalle mit Schaum besprühen. Was? Wollen wir uns aufteilen oder zusammen machen? Boah, warte. Lass mal kurz Pause machen. Echt jetzt? Spiel nicht pausiert. Schatz. Sponsum. Trink doch nicht. Wir müssen doch nur noch die zehn Dinger machen. Dann kannst du Toilette. Okay. So, warte. Blick. Was? Er kommt. Ja, wie geht das denn hier? Machen wir. Okay. Ah, okay. Lasst uns aufteilen, geht schneller. Wenn der uns handelt, ist das, glaube ich, so die bessere Variante. Über's Dach. Er ist direkt bei mir. Kann man den nicht irgendwie wieder besänftigen? Ich habe eine übrigens verschossen. Ich glaube, wir müssen eine dauerhaft ausschalten. Ich kann nicht mehr mitspielen. Ach, der ist ein Feuerwerkskörper. Sieben von zehn. Scheiße. Ich habe keine mehr. Ja, und jetzt? Ja. Hast du auch eine verschmissen, oder was? Ja. Ach so, scheiße. Ja, ich habe auch jetzt nichts mehr für die. Hast du? Ich konnte die mit einer Blendgranate entschärfen. Nee, die ist aber nicht kaputt. Oh nein. Hä, ich war doch... Ja, so geht's auch. Sehr gut. Oh nein, ich hab... Okay. Ja, was geschafft. Zum Ausgang. Ja, Mann. Ich renne. Kommst du mit? Ja. Du rennst nur, bevor du fragst, ob ich mitkomme. Hä? Ich laufe gemütlich. Oh mein Gott, er ist hinter mir. Ja, komm, 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 komm. Warte, ich schmeiß Böller. Zur Ablenkung. Ich bin hier, ich bin unten. Okay. Ich bin auch unten. Oh Gott, fast tot, Alter. Verbinde mich noch. Das war ein Schwachsinn. Okay, mir geht's wieder gut. Das war ein Schwachsinn. Ja, wir haben's geschafft. Oh Mann, Alter. So, ich bin auf jeden Fall. Ja, dann mach du mal Pause, ich würde sagen, wir machen dann noch eine Runde. Oh, ja. Oder? Ich bin dran. Geil, Mann. Ja, Kali, mach mal eine ganz kurze Prima Ballerina Pipi Pause. Cool. Kali hat, glaube ich, Schmerzen mittlerweile, so lange hat sie gewartet. Eigentlich kann ich auch einen Pause-Screen kurz reinmachen und mir einen Kaffee machen. Leute, ich mach mal ganz kurz einen Pause-Screen rein und mach mir ein Käffchen. Bis gleich.